ja moin moin mal wieder willkommen auf dem kanal etwas länger abwesend gewesen weil ich spontan irgendwie über eine woche im krankenhaus lag also fast zwei wochen und da ist so ein bisschen schlecht mit videos drehen deshalb heute das erste video sehr lang ich habe gesehen sind irgendwie zwei drei neue abonnenten dazugekommen finde ich gut auch wenn ich nichts gemacht habe aber ja freut mich freut mich immer und heute gibt es mal wieder wie ihr schon seht was walmart 4dk mäßiges und zwar nicht den kodex nee nee den hatten wir ja schon wir machen heute einmal eine armee vorstellung quasi der aktuelle aufrüst plan so wie es im moment aussieht und immer wenn es dann grundlegende veränderungen gibt oder wieder was dazu gekommen ist werde ich das dann vorstellen und wir fangen an nicht mit den necrons obwohl ich eigentlich dachte die spiele ich als erstes aber nein ich habe letztens das erste test spiel mal gespielt habe ich jetzt nicht aufgenommen weil das war echt viel regelgeblätter und hätte glaube ich irgendwie den rahmen gesprengt des weiteren wollte mein kollege nicht dass seine modelle die noch nicht bemalt sind und teilweise nicht zusammengebaut sind irgendwie ins netz gehen das möchte dann lieber erst wenn es fertig ist ja ich habe gespielt mit meinem astra militarum und zwar gegen eine kombinierte armee aus fischköpfen und zäpfchen also sprich tau und elda und ja habe auch obwohl ich dachte bei den bei der kombination dass ich verkacke habe ich aber relativ deutlich gewonnen also es ist kein fahrzeug abgeschossen worden und ja gut fußvolk schon aber ja lief auf alle fälle besser als gedacht und deshalb bin ich jetzt ein bisschen am astra militarum zusammen tütteln weil bei den necrons muss ich noch sehr viel bauen hier muss ich nur ein bisschen malen weil ich noch alte modelle hatte und von ebay auch welche geholt hatte die muss ich nur ein bisschen umstrukturieren und malen ja würde ich sagen fangen wir erst mal an und ich baue mal kurz hier ein bisschen was auf das zeige ich euch nicht das würde nämlich den rahmen sprengen und dann sehen wir uns gleich wieder so fangen wir mal an mit meiner egis verteidigungslinie habe ich freundlicherweise vor ein paar jahren zum geburtstag geschenkt wo wir das letzte mal irgendwie aktiv woher mal ein bisschen gespielt haben also wie gesagt schon ein bisschen länger her die habe ich auch schon etwas bemalt so weit die wurde jetzt grundiert mit dem der amy painter grundierung ist leider ich habe jetzt kein tagslicht mehr hier wurde grundiert mit der amy painter grundierung wie gesagt diesen tacken ja heller als als die als das katarang green was ich im moment nehme oder castellano wie das jetzt auch immer heißen mag da gibt es eine tolle tabelle ich bin ja schon ein paar jahre raus deshalb muss ich da mal reingucken ja wie gesagt das ist die heiges defense line mit dem geschütz dabei der flack das ist wie gesagt auch soweit schon angemalt mit ein bisschen rost an den ecken sehen wir jetzt bei dem licht nicht ganz so gut ein bisschen in der aufnahme ja so ein bisschen jo das ist wie gesagt erst mal meine stellung schauen wir weiter so da haben wir dann schon mal die infanterie aufgebaut was ich bis jetzt habe da machen wir mal kurz einen kleinen dynamischen schwenk ähm ja das klappt gar nicht mal so gut da müssen wir anders schwenken vom stativ runter so da haben wir dann hier ganz normal die züge haben wir eins zwei drei drei standardzüge plus die ganzen spezialwaffen da gehen wir mal kurz ein bisschen näher rein autofokus da haben wir dann drei raketenwerfer zwei flammenwerfer insgesamt haben wir dann noch eins zwei drei vier fünf melter und eins zwei drei vier fünf sechs sieben granatwerfer drei raketen sieben granat gehen wir weiter wie gesagt das sind die standards hier vorne geht's dann rüber zum standardenträger der hat die flagge hier stehen noch ein paar kommissare durch die gegend er hat ganz doll aua am arm dann haben wir hier zwei servitoren oder engines hier ist vielmehr im richtigen sinne und natürlich den coolen kommissar jarik der leider nicht ingeschafft werden möchte da ist er ein bisschen umgebaut der hat noch ein schädlichen in der hand in seiner energie kralle die er beutet hat von orcs jo dann haben wir schwere waffenteams mit mörser laserkanone maschinenkanone und so weiter und so fort jo das ist das fußvolk ich versuche das mal wieder einigermaßen schmupp einzuhängen das sind das stativ aber funktioniert jo das ist soweit die infanterie und dann würde ich mal sagen baue ich mal weiter um und dann schauen wir weiter weiter geht's in real life action das haben wir jetzt hier alles greifbar kommen wir zu den fahrzeugen hier haben wir erstmal einen einzelnen etwas einsamen centi den haben wir dabei so dann haben wir im transportsektor haben wir im moment drei chimären die ist im anderen stil noch die ist zugekauft die ist selbst gebaut und selbst bemalt ich weiß gar nicht ob man das gerade gescheit sieht hier jetzt diese tageslichtlampe ich weiß ja nicht so zum basteln das ist so ganz cool aber um da wirklich was zu sehen ich weiß nicht das ist mein altes farbschema und die hier da hatte ich jetzt versucht das ganze mal so ein bisschen gammeliger aussehen zu lassen das ist halt irgendwie überall am rosten und am gammeln ich denke mal dieses farbschema werde ich dann auch übernehmen für die anderen nicht ganz so extrem vielleicht aber so in der art die chimären die chimären alle mit multilaser wenn ich mich recht entsinne haben so ja klar multilaser oben drauf der hat ein flamer äh bolter flamer mg noch oben drauf bei dieser halt alles optional ist ja nicht so als würden wir hier turnier spielen deshalb so wie es uns dann quasi gerade passt jo das war der transportsektor dann haben wir zum beschuss aktuell dreimal lieben Russ einmal mit dem normalen geschütz zwei schwere bolter an den seiten und ein schwerer bolter vorne äh blödsinn eine was haben wir denn da maschinenkanone der kanone äh muss ich es aber nochmal nachgucken dann haben wir hier einen ohne seitenkanzeln ganz normal mit dem geschütz aber mit einem schweren bolter vorne und ein nochmal ist auch dazu gekauft mit geschütz und tja kanone muss ich ja mal gucken welche das ist wie gesagt so ganz bewandert bin ich da noch nicht jo das kann man die kann man halt auch als äh schwadronen dann spielen zu dritt dann haben wir zur unterstützung einen basilisken der ist auch schon fast soweit fertig da muss noch ein bisschen Rost dran ein zwei Details noch angemalt werden an Menneken und so ein bisschen Abnutzung und so der ist aber ansonsten schon ganz fein macht auch Spaß zu spielen dann geht es weiter mit dem supergeilen Medusa geschütz von Forgeworld habe ich mir das Aufbaukit bestellt eine einzige Forgeworld Bestellung die ich damals und bis jetzt überhaupt gemacht habe wie gesagt Medusa geschütz oben drauf super schwere treffer mit dem Bunkerbrechergranaten Stärke 10 plus 2 W6 ist äh schon mächtig also wenn die fetzen auf die Dreier Schablone das macht auf alle Fälle Bock sehr viel sogar absoluter Bunkergebäude Panzerknacker und dann haben wir in der Luft bis jetzt eine sollen aber auch vielleicht noch etwas mehr werden da habe ich mir auch die Mühe gemacht und das Cockpit sogar mit angemalt alles innen drin den habe ich mir auch neu gekauft damals auch wenn der Autofokus den ich so haben mag so jetzt eine Walküre Vendetta also bis jetzt ist noch nichts unten drunter gebaut aber ich denke mal ich werde hier als Vendetta spielen ein bisschen vor mit voll lauter Freude habe ich schon das Ding hier um ein bisschen Feuerkraft in der Luft dann hat ihr dann an der Seite zwei schwere Beuter die je nach Lust und Laune auch mal rauskommen da sieht man das vielleicht dass da einer drin ist nein sieht man nicht naja ist noch auf alle Fälle zwei Beuter an den Seiten kannst du denn drin natürlich kann man auch von zu machen wie gesagt will ich als Vendetta spielen habe ich auch gespielt jetzt im ersten Testspiel aber wie das mit der Lieben Reserve so ist die wollte irgendwie gar nicht wirklich ins Spiel kommen und dann haben wir noch natürlich den stolzen Imperators auch relativ neu eingetroffen erstes super schweres Fahrzeug was ich jemals besessen habe Baneblade mit dem Baneblade geschützt natürlich mit der Demolisher zwei Laserkanonen an den Seiten und synchronisierten Bolter ja halt Baneblade sieht geil aus macht geil Bock und ja schießt auch gut mit der mit der 10 Zoll Schablone also macht auf alle Fälle Laune mit dem Geschütz ist es nicht ganz original den hatte ich auch gebraucht erstanden normalerweise geht das Geschütz nur bis hier das ist noch das Helmergeschütz meine ich das ist allein wegen der Optik hatte Vorgänger das da dran gebaut habe ich jetzt auch dran gelassen finde ich sieht ganz cool aus man weiß ja was es ist und wie gesagt wir spielen ja eh keine Turniere aber wirkt auf alle Fälle schön mächtig so jo das ist jetzt erst mal das soweit was bei der Imperialen Armee bei mir am Start ist und ich denke mal das ist schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang da kommen wir auch locker über 2000 Punkte ganz locker 2,5 und nach Belieben auch sogar ein bisschen mehr jo das ist meine erste Armee bis jetzt ist natürlich noch ein bisschen ausbaufähig gerade weil ich irgendwie auch noch 1,2,3 Einheiten haben will die jetzt noch nicht dabei sind und die ich bis jetzt noch nicht günstig gefunden habe und ich scheue mal so ein bisschen davor zurück irgendwie die ganz neu zu kaufen also ich denke bei 1,2 wird sich das nicht vermeiden lassen aber schauen wir mal was Ebay und Konsorten so bieten und ja wie gesagt ich freue mich erstmal über meinen Bainblade der hat auf alle Fälle richtig richtig Bock gemacht beim Zocken letztes Mal und die das Bainblade Geschütz mit der 10 Zoll Schablone ist absoluter Truppenkiller wenn da ein Volltreffer kommt und ja dann ist die Einheit eigentlich meistens schon brei jawohl das war der aktuelle Stand Imperiale Armee Astra Militarum bei mir ich werde mich jetzt mal wieder hinhauen weil ich noch nicht ganz fit bin und ein paar Schmerzmittel futtern und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video bis dahin macht's gut tschau so so gerade beim wieder wegräumen habe ich gesehen ich habe noch einen vergessen und zwar meinen guten Punisher ähm mit Multimeltern an den Seitenkanzel Laserkanone und ähm der guten Punisher Gatling Gun schwer 20 mit Kommandanten auf BF4 ist schon eine geile Sache den wollte ich natürlich eigentlich auch vorstellen habe ich natürlich nur wieder vergessen stand so zwischen den anderen habe ich gar nicht gesehen so das war es jetzt aber wirklich und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video bis dahin tschau